Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Bureau XCOM Declassified. Das letzte Mal haben wir mitten in der Mission Pause gemacht, gerade als wir unseren zweiten Kumpanen gefunden hatten. Wir erhielten dann die Mission zum Strategiezentrum aufzubrechen. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau warum, aber das können wir ja nachlesen. Dann, Kinney begleitet das Team, während Direktor Falk die Elerium-Forschung an sich nimmt. Begiblich ins Strategiezentrum, um den General aus der Basis zu eskortieren. Genau, da war der Kontakt zum General abgebrochen und wir sollen den jetzt da rausholen. Und da holt sich der gute Kater erstmal einen schönen Schluck aus dem Flachmann. Das ist ja schön, bereitet sich auf die Mission vor, während ich hier anmoderiere. Mit ein bisschen Alkohol schießt es sich immer besser und dann können wir ja jetzt mal aufbrechen. Irgendwas hat sich hier durch den Boden gefrä... Ja, das heißt nicht gefräsen, aber... Sie ist vorhin in Richtung Strategiezentrum weiter. Keine Ahnung, ob sie es geschafft hat. Sie taucht schon auf. Tut sie immer. Agent Weaver. Wer zur Hölle ist Agent Weaver? Äh, ich habe ursprünglich gedacht, das wäre irgendwie Blut, aber das passt nicht. Von der Farbe her und alles, äh, irgendein Blob oder sowas ist ja wahrscheinlich durchgekommen. Ja. Ich meine, es gibt in XCOM ja so Schleimmonster, die eventuell irgendwas hier mit zu tun haben. Ich höre, Jens. Auch heute natürlich wieder mit einer Sekunde Verzögerung zwischen, äh, Sound im Spiel und Sound im Spiel erreicht mich. Da unten im Labor. Was machen die da? Keine Ahnung, ist doch egal. Gehen Sie in Position, solange Sie abgelenkt sind. Da unten sind Aliens, Outsider und Sektuiden. Ich denke, wir müssen da jetzt runter, denn dieses Glas sieht irgendwie schusssicher aus. Huch. Der wird uns aber nicht bemerkt haben, oder? Kann ich auch hier hoch? Nicht wirklich. Schade. Naja. Mensch, gehen wir aus dem Weg. Wann versuch wert? Der gute John Kinney ist ein Pionier und der Thomas Nils ist ein Aufklärer. Die haben unterschiedliche Fertigkeiten, zum Beispiel den Laserturm, denn ein Schnellfeuerlaserturm gehörte zur Standardausrüstung amerikanischer Agenten im Jahre 1962. Eine Mine kann der legen und er kann Gegner in Panik versetzen, sodass sie fliehen, während der Aufklärer hier sich getarnt, sich tarnen kann, also unsichtbar machen kann und kritische Treffer verursachen kann beim Gegner und der kann einen Artillerieschlag heraufbeschwören und wir können heilen. Aber im Moment nicht. Gut, äh, das wusste ich tatsächlich schon. Ich habe nämlich eben, also das ist der zweite Versuch einer Aufnahme jetzt hier. Bis hier zu dieser Stelle war ich gekommen, dann ist mir das Ganze irgendwie abgekackt. Demnach wusste ich auch schon, dass da Aliens im Labor sind. Das müsste ja hier hinter dem... So, dann schmieden wir mal einen Plan. Du machst dich unsichtbar, bewegst dich da hin und machst dann kritische Treffer auf die Feinde. Gut. So, und du bewegst dich... Erstmal hier zu dieser Tür. Und dann... Nee, halt. Nein, 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 zurück. Setzt einen Laserturm und zwar hier in die Tür. Mach dein geschützbereit. Mach dein geschützbereit. Und los. Äh, oh. So, Combo-Kill haben wir geschafft. Ich muss erstmal die Steuerung hier wieder... So, jetzt weiß ich wieder, wie man schießt. Hier ist ein Outsider. Schön in meinem Schussfeld. So, die kriegen wir. Komm. Also das hat doch ganz gut geklappt. Ich weiß jetzt zwar nicht, wofür die Zahlen da unten nehmen. Jetzt verstehe ich, wieso Foxy fürs Büro haben will, Carter. Das habe ich ihm auch gesagt. Na, dann ist ja gut, wenn ihr das jetzt versteht. Was ist das Büro? Ähm. Ich weiß nicht, was diese Namen... Äh, was die Zahlen neben den Namen bedeuten da unten. Wir sind eine Eins und die anderen beiden sind Fünfer. Ist das irgendwie Level? Ist das Levelaufstieg? Wie sieht's oben aus, Nils? Schlecht. Wir haben die Basis verloren. Die Jungs sind alle auf dem Rückzug. Glauben Sie, dass jemand halt rauskam? Ich bezweifle es. Hier liegt wieder ein Matschmann. Hm, hm, hm. Hier scheint aber nichts zum Einsammeln zu sein. Obwohl ich von oben meinte, hier irgendwie so ein Dokument gesehen zu haben. Aber... Achso, vielleicht lag das ja hier. Habt ihr das gespürt? Da liegt nämlich was. Ein Brief, den können wir erstmal lesen. Memo an gefreiter Launce. William Carter hat aus seinem Quartier nichts verlassen, außer unter der Aufsicht von Lieutenant Garber Paul. Identifizierungsfoto von Garber Paul und William Carter habe ich dieser Nachricht beigefügt. Denn dieser Befehl hat höchste Priorität. Unter keinen Umständen darf jemand anders als der Kurier selbst an dem ihm anvertrauten Koffer Manipulationen vornehmen, damit hantieren oder ihn auch nur berühren. Lieutenant Curl. Ja, da wissen wir ja Bescheid. Hm, so, hier liegen die toten Aliens. Habt ihr irgendwelche Igitt? Bist du hässlich? Ich kann man sich die erstmal ganz genau angucken. Hier, das ist also ein Outsider. Wo sind denn die Sektuidenleichen? Haben die sich aufgelöst? Anscheinend haben die sich aufgelöst. Hier, ein Periodensystem. Ja, 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 okay. Mhm, ja. Ja, Eisen und Sauerstoff und Wasserstoff und... Okay, genug gelernt. Wir setzen den Weg fort. Hm, radioaktives Material. Warum kann ich da nicht rein? Ich möchte da jetzt rein. Ich glaube, die Frage mit dem, ob es ein Level abgibt und ein Level-System, das habe ich glaube ich letzte Woche schon gefragt. Ich glaube, das gibt es tatsächlich. Ich muss... Ich darf nicht immer so lange Pausen zwischen den Spielen machen. Hier ist nichts. Dann müssen wir wohl durch die Tür, die hier so schön leuchtet und funkelt, um uns den Weg zu zeigen. Es gab doch auch irgendwie eine Möglichkeit, mir die Ziele anzeigen zu lassen, ne? Was? Da war das. Was? Interessiert nicht. Holen wir die Führung im Lagezentrum ab und dann nichts wie weg. Falls noch jemand übrig ist. Hm. Das sind, ich glaube, Granaten oder sowas. Oder was auch immer ich damit machen kann. Wie war das nochmal mit dem... Ach, scheiß drauf. Gucke ich bei Gelegenheit nach. Verdammt! Das wird ja hier sehr linear gehalten sein. Irgendwelche Feinde in Sicht, Feinde in Sicht, keine Feinde in Sicht. Wir können also einfach weiter stratzen. Frist Blei! Noch mehr Artillerie? Ähm... Davon dürften wir so tief unter der Erde nichts mitkriegen. Ähm... Die Tatsache, dass hier die... Die Tatsache, dass hier die... Ach da! Okay. Äh... Ich mach mich auch mal auf den Weg. Damit ich da... Wah! Mensch, Deckung! Damit ich hier tatsächlich mal was planen kann. Und zwar... Äh... Ein Artillerie-Strike wäre jetzt nicht schlecht. Auf diese Position. Besorgt mehr Artillerie! Feuerunterstützung kommt! Natürlich innerhalb eines Gebäudes, weil das da besonders viel Sinn macht. Das war's. Weiter! Wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Aber mein Gott, es hat funktioniert. Und das reicht mir als Erklärung. Wir haben ja auch, äh... Schnellfeuer-Lasertürme. Von daher... Hier geht's weiter. Und die Treppe rauf. Hier wieder tote Männer mit Munition. Sehr schön. Also bis jetzt ist der Schwierigkeitsgrad noch nicht so gewaltig, obwohl wir auf Normal spielen. Aber mein Gott, wir sind ja auch noch in der Tutorial-Mission. Alles. Reaktoren, Waffen, alles Mögliche. Was ich da so gesehen hab, das war wie aus der alten Captain-Thunder-Clap-Serie. Captain-Thunder-Clap? Ist der sowas wie Captain Planet? Ihr wisst schon. Durch eure vereinte Macht bin ich Captain Planet! Captain Planet, Held der Erde... Okay, ich höre auf zu singen. Kämpft, auf das die Umwelt sauber werde. Oder so in der Art. Hm. Ist das das Strategiezentrum, das wir erreichen sollten? Das sieht nämlich nicht so gut aus. Okay. R1 ist rollen. Ich glaube, das habe ich letzte Woche auch schon mal rausgefunden. Ich wollte noch mal gucken. Irgendwie kann man sich sein Ziel anzeigen lassen. Das haben wir ja letzte Woche... Auch gemacht. Da ist Waffe wechseln. Wir können auch zuschlagen. Das ist ja... Hallo! Was bist du denn für ein hübsches Ding? Ist das ein Elerium-Kraftwerk oder sowas? Steht Elerium eigentlich hier auf der... Ey, tatsächlich. Das steht da wirklich mit drauf. Ganz unten rechts. EL. Elerium. Das ist ja cool. Das ist ein Detail, das finde ich schon wieder cool. So. Tür öffnen. Und Tür öffnen. Für das XCOM-Strategie-Spiel. Ach, wir untersuchen erst mal den Elerium-Reaktor. Ich wusste doch, dass das einer ist. Elerium-Reaktoren? Genauso ist es. Ein Reaktor wie dieser muss mehr Saft produzieren als der Huferdamm. Aha. Sehr interessant. Kannst du das noch weiter ausführen? Nein? Gut. Dann eben nicht. Ähm... Für das XCOM-Strategie-Spiel das Neueste. Enemy Unknown ist ja jetzt ein Add-on geplant, das Ende des Jahres rauskommen soll. Oh, Gott. Diese Mauern sollten einer Atomexplosion standhalten. Los, raus hier, bevor ihr alles einstürzt. Und ich überlege wirklich, wenn dieses Add-on dann rausgekommen ist, äh... Ob wir vielleicht da dann auch... Da braucht es so reden, Mensch. Ich bin hier am Erzählen. Ob wir vielleicht da dann auch mal ein Let's Play von starten sollen. Vielleicht im Anschluss an The Bureau. Quasi als Folgeprojekt. Wenn wir sowieso schon mal XCOM-mäßig unterwegs sind. Da sind sie. Die Soldaten? Diese Soldaten. Wir müssen da rein und helfen. Ach, das sind unsere. Na gut. Ich geh mal hier in Deckung. Macht euch bereit! Dann greif ich hier mal den Geschützturm an. Ganz wichtig. Und wir schmeißen eine Granate. Äh, Granate! Boom! Äh, scheiße, ich drücke immer die falschen Tasten. Wer sitzt in der Klemme? Nils? Äh, ich glaube, wir benutzen jetzt mal den... Artilleriebeschuss unseres guten... Artilleriebeschuss unseres guten... Ey! Gut, wir stellen den Laserturm auf. Das geht natürlich auch. Und zwar, ich möchte den bitte hier... Warum kann ich den da drüben nicht... Ach, das ist dann... Das ist doch doof jetzt. Äh, wir stellen ihn halt da auf. Wir haben also mehr Feuerkraft! Bereite Geschütz vor! Und du, mein Freund, machst deinen Artillerieschlag. Das ist ganz dolle wichtig. Und kommt da so gerade nicht hin. Na, egal. Wir hauen den trotzdem mal raus. Ich finde das immer noch toll, dass das überhaupt funktioniert. So, ein Outsider hat... Ein Outsider hat überlebt. Zielen ist immer noch nicht meine Stärke, wie es scheint. Zum Strategiezentrum. 37 Meter. Dann sind wir jetzt quasi da. Ja, dann kann man eigentlich... Das ist natürlich gar nicht schön, dass hier solche Bomben rumstehen. Ähm... Wo sind die ganzen Soldaten hin? Sind die Soldaten tot? Ich wollte eigentlich gucken, ob ich mit denen irgendwie reden kann. Ach, da werden auch die Granaten angezeigt. Ich hab's gesehen. Was ich in der ersten Aufnahme, die ja dann abgestürzt ist, schon mal erzählt hatte. Ich stehe unmittelbar davor, mir einen neuen Fernseher zu kaufen. Quasi diese Woche dann noch. Und habe dann nicht nur endlich wieder einen größeren... Springt einfach mal durch. Warum auch nicht? Was haben die hier unten gebaut? Waffen. Mit Elerium bieten sich hier unendliche Möglichkeiten. Was brauchbares für uns? Nichts, außer sie wollen eine Bombe mit sich rumschleppen. Hm... Also wenn er das so sagt... Naja, auf jeden Fall, ich bin dabei, mir einen neuen Fernseher zu kaufen. Ende dieser Woche quasi. Und hab dann nicht nur wieder einen größeren Bildschirm, auf dem ich spielen kann. Sondern dann tatsächlich hoffentlich auch wieder Synchronen-Sound für mich. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Wo ich mich auch drauf freue, ist, wenn wir hier mit dieser Mission fertig sind. Und dann vielleicht endlich mal ins Hauptquartier können. Und mal so richtig auf die Taktik-Ebene kommen. Falls dieses Spiel so eine hat. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wie das alles... Was ist das denn da? Was ist das? Bisher war das ja wirklich nur eher so ein... Ach, hier geht's lang. Nur ein Shooter halt, ja. Ein Shooter mit so ein bisschen Taktik. Strategiezentrum ist da vorne. Taktik-Shooter quasi, ja. Ich weiß. Ich rede hier gerade Stuss. Hier unten gibt's noch Marmonik. Nein, hier gibt's eine andere Waffe. Die will ich gar nicht. Hallo Jungs. Ähm... Ähm... Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Sodapop. Ah, ja. Was ist hier passiert? Nichts Gutes. Weiter. Huch. Da, ein paar Graue. Ein paar... Moment, ein paar? Ich seh nur den einen. Mach den fertig, Jungs. Bam. Njejejeje. So, wo sind die anderen Grauen? Hier sind keine Grauen mehr. Hab mich angelogen. Hab gesagt, hier wären ein paar. Aber hier liegt was. Nehme ich ein weiterer Brief. Und ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe, Sachen zu lesen. Vor allem Sachen, die mir nicht gehören und die mich nicht angehen. Zack. General Deems. Direktor Falk war gelinde gesagt verschlossen, was die Ergebnisse angeht, die sein Team bei der Operation in Montana erzielt hat. Der Direktor hat meine Anforderung einfach ignoriert, den in den Bannock-Minen entdeckten Apparat unseres Labors hier im Fort Groom zu überstellen. Er hat das Artefakt angeblich in einer nicht näher bezeichneten Einrichtung deponiert, deren Lage derart geheim ist, dass ich nicht mal herausfinden kann, ob es den Laden überhaupt gibt. Falk bekommt Schutz von der gesamten Befehlskette aufwärts, weit über meine Gehaltsklasse hinaus. Ich habe ihn mehrfach darauf hingewiesen, dass die Überstellungsanforderung für das Objekt direkt von Ihnen kommt, Sir. Aber er weigert sich dennoch, ihr nachzukommen. Ich habe alles getan, was ich kann, Sir. Colonel Weatherfruit. Das ist auch ein schöner Name. Weatherfruit. Den muss ich mir merken. Wir müssen ja jetzt mal so langsam... Was waren das für Geräusche? Verdammt! Ich würde liebend gerne direkt auf diese Geräusche reagieren. Also für mich reagiere ich ja direkt, nur für euch halt nicht. Und wir haben eine Sequenz und ich halte die Klappe. General Deams, alles okay, Sir. Wo ist Falk? Was ist hier passiert? Ich stelle hier die Fragen. Ja, Sir. Direktor Falk ist bereits am Bahnsteig. Wir sollen sie umgehend auch dorthin bringen. Dann gehen Sie voraus. General! Aus dem Weg! Los! Das ist nicht das! Er ist einer von denen! Nee, ist zurück! Halten Sie durch, Sir. Alles wird gut. Gut. Warum stoppen Sie mich? Was haben Sie sich dabei gedacht? Dass ich Ihnen gerade das Leben gerettet habe. Mann. Ich dachte, wir hätten jetzt einen schönen Bosskampf oder sowas. Aber wir können hier ein Gespräch führen. Und na gut, wer sind Sie denn? Mein Gott, das ist die Weaver. Das stand doch da eben schon. Muss doch mal die Untertitel lesen, Junge. Dann weißt du sowas auch. Sie haben einen General abgeknallt. Jein! Nicht, wenn es wirklich so ein Infiltrator war. Ja, wir werfen Sie das trotzdem mal vor. Sie haben auf einen Vier-Sterne-General geschossen. Was erwarten Sie von mir? Die können uns steuern. Die schlüpfen in dich rein und steuern dich. Deems ist tot und wir haben keine Zeit zu verlieren. Was ist mit dem Rest der Führung? Alle schon tot, als ich kam.